Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Wir sind immer noch im Bauch von diesem riesigen Wal und wollen mal Pinocchio hinterher gehen. Bauch 1. Was machst du? Komm schon, zurück. Du kennst, Geppetto ist sehr schrecklich über dich. Pinocchio, stopt zu spüren. Das ist kein Zeitpunkt für Spiel. Aber, Zora, ich dachte, du liebte Spiel. Oder bist du zu cool zu spielen, wenn du die Keyblade hast? Riku? Was machst du hier? Okay. Riku ist da. Ah. Oh, okay. Gegner. Boah. Alles klar. Wow. Die sehen irgendwie aus, als würden die zu, ähm, zu Halloween Town passen. Ah, braucht Nummer 2. Brauch Nummer 3. Brauch Nummer 2. Gehen wir erstmal nach 1 nach. Wobei, die sind nach 3 gegangen. Wobei, die sind nach 3 gegangen. Oh. Na, du Wampel. Gehen wir mal nach. Ich hab ein bisschen trainiert. Muss ich ja doch eben ehrlich zugeben. Ich hab... Ah. Oh. Die haben nicht wirklich eine Chance, merk ich gerade. Ne Hütte erhalten. Oh, jetzt kommen wir sowieso zu. Brauch 3. Wah, wah, wah. Nein, 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 bleib oben. Verdammt. Verdammt. Aber die sind schon wieder ein bisschen härter. Ne. 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 Geh. Ne. Ja, genau. Gut, waren das alle? Mega-Esser. Okay, da scheint aber noch versperrt zu sein und da ich runtergefallen bin, komme ich da nicht hoch. Ich muss nochmal gehen. Also nochmal hier lang. Oh, hallo! Ach, komm schon. Oh, Hufi hat noch Stufenanastieg. Oh, das ist ja kein Ende. 10 P geben die, also 10 Punkte. Oh, also klar, Schattenlosch. Donald wollte es wissen, hat der einfach abgefackelt. Äh. Wo bin ich denn jetzt? Okay, ich muss gerade zugeben, ich habe mich verlaufen. Ich brauche 3. Ach so. So, runter da und können wir hier rüberspringen. Ach so. Äh. Moment, reicht das schon, um da hochzukommen? Ach, krass. Au. Nein, macht nicht meine Kiste kaputt. Okay, alles klar. Kiste lebt noch. Okay. Und Kiste. Ach, immer noch Gegner. Okay, darf ich jetzt? Na, also, öffnen wir mal. Spürt, Gummi. Hm. Können die heilenden kleinen Laternen überhaupt angreifen? Oh, Moment, so viele Items. Ich sammle die mal, bevor die weg sind. Alles klar. Ähm. Aber hier ist kein Durchkommen. Wohin soll ich denn jetzt? Hier ist alles wackelt von dem, von dem Riesending. War das auf der PS2 damals auch so, dass es gewackelt hat? Also generell die, äh, Texturen sich bewegt haben. Aha. Ich mein, es sind jetzt nur Kisten, Flairgummi. Da ist schon wie Sora. Ach, da, Moment, da oben. Verstehe. Ach, nö. Och, ihr, nein. Das war so nicht geplant. Okay. Dann muss ich wohl noch mal da hoch? Hä, das ist irgendwie sehr verwirrend, wie wir hier laufen müssen. Guffi? Okay, das geht nicht. Auch eins, dann bin ich die ganze Zeit immer hochgesprungen. Ach, krass. Ich bin zurück. Das war nicht der Plan. Ich verstehe. Ich geh doch mal hier durch, wo Riku und Pinocchio zuerst lang sind. Hier ist aber auch kein Trio-Tisch oder so, die uns weiterbringen könnte, ne? Das sind ganz viele Kisten oben. Oh. Alles klar, okay. Dann halt so. Dort ist er immer noch, wir kommen nicht hoch. Und die Kiste können wir nicht schieben, ne? Tja, viele Möglichkeiten haben wir nicht mehr. Jetzt sind wir wieder hier. Ach, Moment. Oh. Alles klar, okay, ich bin oben. Und ich möchte nicht unbedingt runterfallen, jetzt, wo wir schon hier oben sind. Ich gehe einfach weiter. Bau 5. Okay. Äh, hallo? So, sehr gut. Nee, so komme ich auch nicht da hoch. Das war schlecht. Ich hätte mal... Ja doch, mein Mana geht. Ich dachte, ich verballere jetzt gerade all mein Mana. Weg da, Kufi. Nee, so geht's nicht. Egal, wir gehen den Weg mal weiter. Brauch sechs. Oh. Moment, wir haben zwei Türen wieder. Wir müssen uns für irgendeinen Weg entscheiden. Nein, was habe ich gemacht? Was habe ich nur getan? Okay, okay. So können wir auch ewig weiterkämpfen. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich weiterkomme. Oh, wo bin ich jetzt? Wartet mal kurz. Da war ja irgendwas vorhin. Bau 1. So, jetzt sind wir wieder hier. Nee, diesmal kämpfe ich nicht. So. Dann Bau 3. Diesmal gehe ich hier wieder lang. Bau 2. Und da lang war Bau 5, ne? Ja, alles klar. Wir sind wieder auf dem Weg. Autsch. Auch 6. Ich muss aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Und hier geht noch. So, aufgeräumt. Und was bekommen wir? Ach, die Welpen, alles klar. Was ist da lang? Ich gucke mal lieber kurz einmal kurz nach. Und was? Ich gucke mal. Ich gucke mal kurz. Ich gucke mal kurz. Ich gucke mal kurz. mit kleinen Schattenloschen wegkauen. Krass, dass die hier vier Punkte geben. In der anderen Seite ist es immer nur ein Punkt. Aber gut, die halt noch einiges mehr aus. Na, toll. Au, verdammt, da war er. Komm, kann ich jetzt endlich die Kisten öffnen? Wahnsinn, es geht. Blitzgara. Oh, da. Äther. Mega Äther. Oh. Ich will nicht runterfallen. Ich brauch vier. Ich geh mal kurz schlafen. Ich geh mal kurz vor. Ich geh mal kurz vor. Ich geh mal kurz vor. Das war's für heute. Oh, oh. Das war Pinocchio. Aber wir haben einen Speicherpunkt und den nutze ich mal gerade mit Freuden. So. Der Darm. Ende der Fahnenstange. Okay. Rico kämpft mit uns. Das ist ja cool. Oh, verdammt. Von hinten an greifen. Bringt Aua. Oh, ein Spiel. Rico die ganze Zeit don't give up. Hatt ich nicht vor. Aua. Was macht der? Und hüpf. Wie so ein Frosch. Okay. Okay. Goofy hat Schamane erhalten? Was ist Schamane-Ausrüstung? Goofy. Hm. Wahrscheinlich eine Ability. Rufen, MP-Leiste steigt. Effektiver steigt. Ah, ich hab schon wieder vergessen zu rufen. Und zurück kann ich glaube ich gerade nicht. Wir hüpfen mal hinterher und gucken, wo wir rauskommen. Oh, Mist, da war auch eine Triotech an einer Stelle. Binocchio, 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 bitte, gib mir zurück meinen Sonn. Sorry, old man. I have some unfinished business with this puppet. He's no puppet. Pinocchio is my little boy. He is unusual. Not many puppets have hearts. I'm not sure. But maybe he can help someone who's lost theirs. Wait a minute. Are you talking about Kyrie? What do you care about her? So, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt? Müssen wir wieder in den Bauch rein? Müssen wir Riku folgen immer noch? Ich wollte die Schatztruhe eigentlich behalten, aber benutze sie bitte um Pinocchio zu finden. Schatztruhe? Ach, okay. Sportsfreunde erhalten. Die Gruppe kann Gruppen-Abilities unter Gruppe... Okay, unsere erste Gruppen-Ability. Mal schauen. Höhere Sprungkraft. Ausrüsten. Nice. Ach, ist ja Wahnsinn. Oh, übel. Yeah, endlich. Analyse-Gummi. Da ist trotzdem noch kein Rankommen. Vielleicht von der anderen Seite. Hm, da hinten ist ein Trio. Take. Dings. So, an die neuen Sprungkräfte muss ich mich jetzt erstmal gewöhnen. Oh, krass. Eine Hütte erhalten. So, mal gucken. Was gibt's hier? Oh, Schätze. Alles klar. Find ich gut. Wow, hüpfen. Krass, kommen wir hier überall dran, überall dran, ohne zu fliegen. Aquamarine erhalten. Da drüben ist auch noch eine Kiste. Ups. Irgendwo müssen wir Boden finden. Ich glaube, wir hüpfen einfach von da rüber. Ah, hüpft doch einfach. Komm schon. Und das sind die Welpen. Alles klaro. Oh, Glück gehabt. Da hinten ist ein Trio-Tesch drauf. Rückweg sollten wir uns merken. Und noch mehr Items. Und Geld. Ah, toll. Da sind Gegner. Na, komm schon. Okay. Okay, das Kameragewuseln macht mich jetzt wahnsinnig. Ich muss mal kurz umschalten. Äh, Vibration. Ach so, Vibration soll anbleiben. Entschuldigung. Kamera auf manuell schalten. Steht's immer noch auf automatisch? Ich muss mal kurz... Ach so, geht grad nicht. Ja, jetzt ist manuell. Okay, das ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm, glaube ich. Jetzt muss ich an vielen Stellen selber drehen. Oh, da ist eine Kiste. Ein Rubinstein. Ein Rubinstein. Hüpf, hüpf. Erwartet uns jetzt auf jeder Etage einen Kampf. Gut, die ist schon wieder Level ab. Krass. Okay, und ganz runter. So, oh, wir haben's geschafft. Hey, let's Pinocchio go, Riku. A puppet that's lost its heart to the heartless. Maybe it holds the key to helping Kairi. How about it, Sora? Let's join forces to save her. We can do it together. What? You'd rather fight me over a puppet that has no heart? Harder, no heart. At least he still has a conscience. Conscience? You might not hear it, but right now it's loud and clear. And it's telling me you're on the wrong side. Then you leave me no choice. Pinocchio! Pinocchio! Kimini, I'm not gonna make it. Oh, I guess I'm okay. Huh? Und Riku kann sich durch die Schatten bewegen. Wir sind wieder im Kampfmodus. Yeah! Hau drauf! Hau drauf! Au, 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 ich... Au, au, au! Suppe! Das Mikrofon hängt mir irgendwie im Weg. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Ach, komm schon, schlag drauf! Der hat nicht mehr viele Leben. Wir haben's gleich. Noch ein bisschen auf die Mütze. Äh, drauf da! Oh, was ist das? Tut mir leid, ich hab's wieder vergessen zu rufen, aber ich glaub, das macht keinen Sinn jetzt gerade. Also jetzt zumindest so spät, als ich dran gedacht habe. Ich versuch dran zu denken beim nächsten Mal. Die Kraft der Zeit erhalten. Magiestopp erlernt. Nice. So, Kairi's like a lifeless puppet now? Precisely. And her heart was... Taken by the heartless, no doubt. Tell me, what can I do? There are seven maidens of the purest heart. We call them the princesses of heart. Gather them together, and a door will open to the heart of all worlds. Within lies untold wisdom. There you will surely find a way to recover Kairi's heart. Now, I'll grant you a marvelous gift. The power to control the heartless. Soon, Kairi. Soon. Trophäe erhalten, ehrlich, wird am längsten. Oh, Geppetto und Pinocchio, heil davongekommen sind. Ich muss mal ganz kurz das Mikro resten. Hoffentlich konnten sie sich irgendwie retten. Riku. Okay, sollen wir jetzt zu Aladin, hä? Ich guck mal kurz auf der Weltkarte. Was haben wir denn offen? Dahinter sind fünf Sterne. Da ist nun auch noch was. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eigentlich müssten wir hier auch noch was erledigen. Ein andermal. Dann ab zur nächsten Welt, aber erst in der nächsten Folge. Ich hab gerade gesehen, wir haben ja schon 30 Minuten wieder voll. Ich danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Episode. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.